Hi, hi, hi! Wie geht es euch? Ich liebe eure Instagram-Kommentare. Absolut großartig. Seht ihr? Auch wenn ich nicht filme, mir fallen Sachen runter. Hi! Es ist schon wieder einige Wochen her und ich habe prall gefüllte Tüten. Leider war ich nicht bei Mac Shop, das wäre auch schön, aber wir haben heute ein Aufgebraucht-Video. In der Kleintüte eher so dekorative Kosmetik und in der großen eher so Haut- und Haarpflege. Und ich fange an mit kleinen Sachen, denn ich möchte eine Sache mal ansprechen, weil ich immer denke, wenn ich ein Video schaue und jemanden sehe, der sagt, oh, das ist total toll und das empfehle ich euch. Also jeder hat natürlich seine eigene Empfehlung, ihr wisst es, jeder hat andere Geschmäcker und jeder mag andere Sachen. Nur bei diesem Produkt denke ich, wenn ihr das Original kennen würdet, dann würdet ihr das, glaube ich, tendenziell nicht sagen. Also es geht darum, um das Evelinei. Alleine schon vom Drücken her ist das ein meilenweiter Unterschied. Und dem originalen Beautyblender. Ich habe die beiden einfach schon sehr, sehr lange und einfach schon zu Tode benutzt. Den Beautyblender habe ich bestimmt 20 Mal nachgekauft. Ich habe ihn auch in mehrfacher Ausführung zu Hause. Das Evelinei hingegen habe ich nur einmal gekauft und würde es niemals wieder kaufen, weil es grauenvoll ist. Also was ich sagen möchte ist, wenn ihr nur das Evelinei kennt und denkt, oh, das ist ja ein total süßer, toller Make-up-Schwarm, der funktioniert ganz toll, dann kennt ihr halt den Beautyblender nicht. Denn das sind Welten. Euer Make-up sieht so viel schöner damit aus. Man kann das so viel besser auftragen. Es ist einfach von A bis Z ein viel besseres Produkt. Natürlich kostet es auch mehr Geld, aber ihr werdet den Unterschied merken. Also wenn ihr zu den Leuten gehört, die bis jetzt nur das Evelinei hatten, glaubt mir, euer Make-up kann noch so, so, so viel schöner aussehen. Entweder mit dem Beautyblender oder mit dem Miracle Complexion Sponge von Real Techniques. Die Investition ist es so, so wert. Findet ihr es mit eure Wimper zusammenkleben? Oh, unangenehmes Gefühl. Wenn ihr mich schon etwas länger schaut, dann wisst ihr, dass ich ein großer Fan von dem Elizabeth Arden Restoring Serum bin. Ich habe das mal in einem Set gekauft mit der normalen 8-Hour-Creme. Ich konnte mich, und da habe ich auch schon darüber gesprochen, nicht überwinden, das komplette Serum zu kaufen, weil das irgendwie 80 Euro oder so kam und dieses Set mit der Creme nur 10 Euro. Deswegen habe ich das nochmal gekauft, denn für die Creme habe ich zigtausend Verwendungen. Und ich finde es nach wie vor großartig. Das ist eines der besten Serien, die ich jemals benutzt habe. Das ist so reichhaltig. Ich benutze das abends, so eine Kapsel reicht nur für zwei Anwendungen. Und da sind schon, ich glaube, so 10, 12 Stück drin. Ich fände das super, super schön auf der Haut. Morgens habe ich das Gefühl, ist meine Haut perfekt versorgt. Ich probiere mal herauszufinden, ob es das bei Douglas noch online gibt, in diesem Probierset. Dann verlinke ich euch das unten, weil ich es wirklich großartig finde. Und, ah, ich habe das schon mal gehabt, dieses Gespräch. Dieses Selbstgespräch mit mir selbst und meinte, äh, gebe ich so viel Geld aus, aber das Serum ist phänomenal. Vielleicht vom Weihnachtsmarkt. Mal schauen. Das nächste Produkt habe ich auch schon unzählige mal leer gemacht. Ihr wisst, das ist mein heiliger Graal. Auf dieses Produkt könnte ich niemals verzichten. Ich benutze aber gerade quasi im Endeffekt das Äquivalent von Estée Lauder, die Daywear. Im Grunde sind die beide relativ gleich. Und zwar ist das eine getönte Feuchtigkeitspflege, aber anders als alle anderen, die ihr kennt. Nur mal so gesagt, ich habe da schon 10.000 Mal drüber gesprochen, das von Origins, die Weitersing oder das Weitersing, Energizing Boosting Moisturizer. Das gibt eurem Teint einen anderen Level, ein anderes Level, mein Deutsch ist auch wieder grandios, ein anderes Level an Schönheit. Ich habe da, wow, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch unten. Wenn ihr es ein bisschen reichhaltiger wollt, würde ich euch die Daywear von Estée Lauder empfehlen. Aber da müsst ihr schon wirklich sehr trockene Haut haben. Sonst ist das ein Produkt, sondern dergleichen. Meine Mutter kauft es sich... Mo... Mo... Ah. Meine Mutter kauft sich das mittlerweile alle paar Monate nach. Sehr viele meiner Freundinnen, gerade wenn ihr nicht so ein großer Foundation-Fan seid, sondern wirklich nur ein bisschen euren Teint ausgleichen wollt, oder vor eurer Foundation schon ein bisschen Arbeit erledigen wollt, grandios. Kommen wir mal zum Nagellack. Ich bekomme ganz oft die Frage, Jamina, bist du auch ein Nagellackssuchti? Hast du auch so 10.000 verschiedene? Ich behaupte genauso wie mit meiner nicht vorhandenen Blush-Sucht, dass ich... Ich habe tendenziell bestimmt mehr als der Durchschnitt, aber im Vergleich zu dem Rest meiner Sammlung bin ich jetzt nicht der größte Nagellackssuchti. Also bei Instagram gibt es ja welche, die ja wie 500 Nagellacke oder so. Da bin ich echt weit entfernt. Ich meine, klar, ich trage auch jeden Tag Nagellack. Aber was mir wichtig ist, ist ein guter Basecoat und ein guter Topcoat. Und da habe ich eine günstige Variante, und zwar vom P2, der Refill Gel, zum Auffüllen von Gel und Kunstnägel. Man kann ihn aber auch benutzen, wenn man keine Gel oder Kunstnägel hat. Das ist einfach ein sehr schöner, dicker Nagellack, der definitiv die Nägel glänzender macht, als sie eigentlich sind, und auch die Haltbarkeit verlängert. Am besten finde ich natürlich wie immer meinen Seshwit. Ich habe ja aufgehört, den zu kaufen, weil er ja, wie man hier sieht, so ungefähr bei einem Drittel eintrocknet. Und für den Preis 8, 9, 6 Euro, bin gerade nicht sicher, unter 10 Euro auf jeden Fall, fand ich das einfach immer ärgerlich. Nichtsdestotrotz habe ich ihn wieder nachgekauft, weil das einfach der beste Topcoat ist, den es auf der Welt gibt. Ich habe noch nie einen besseren gefunden. Der ist so richtig schön dick, und man geht einmal rüber, und der Nagel glänzt. Er hält über eine Woche bei mir. Ich kann euch den absolut empfehlen. Ich kaufe den mal bei Amazon, welchen ich ganz grauenvoll finde. Also, ich verstehe nicht, ich weiß nicht, es ist ja, wie gesagt, alles subjektiv, ne? Alles subjektiv. Der Essie Good2Go, der hat gar nichts gemacht. Der war auch super schnell eingetrocknet. Ich fand den ganz grauenvoll, den würde ich mir niemals wieder kaufen. Ich durchforste gerade meine Tüte und denke mir, oh wow, Yamina, wir haben ja noch gar nicht über Duschgüse gesprochen. Das holen wir jetzt natürlich nach, aber ganz schnell. Keine Angst, keine Angst. Wir haben natürlich von Fah, wie immer, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Wir reden nicht drüber. Größte Liebe überhaupt, mal wieder aufgebraucht. Dann eins, das ich neu entdeckt habe, das fand ich mega toll, das werde ich mir nachkaufen. Von Nivea, das Frangipani. Das ist bestimmt nicht die richtige Aussprache. Oh mein Gott, das riecht so gut. Das hatte so kleine Perlen drin, die ich super angenehm fand. Wahrscheinlich war das das Öl, was ich dann auf die Haut vermischt habe. Großer Fan, wirklich großer Fan. Werde ich mir definitiv nachkaufen. Das benutzt mein Freund immer und ab und zu, wenn ich das Gefühl habe, ich habe immer wieder zu viel geduscht, was tendenziell sehr oft vorkommt, dann benutze ich es auch, weil es sehr reichhaltig ist. Von Duff. Die reichhaltige Pflege. Und dann, oh Gott, das ist traurig. Aber ihr wisst ja, ich habe ja schon Nachschub in Paris gekauft. Mein Sephora Peony Creamy Body Wash. Wenn ihr irgendwann mal bei Sephora seid oder irgendwen habt, der euch was mitbringen kann. Ihr müsst nicht bei Sephora bestellen, das wäre übertrieben. Aber, oh mein Gott. Oh, das ist das Schönste, was ich hier in meinem Leben gerochen habe. Wirklich wahr. Besser als das von Farn. Also, wenn es einen Favoritenduschgel gäbe, was so jeder kaufen könnte von euch, dann das. Reden wir mal über meine Haare. Ihr wisst. Ihr wisst diese Situation. Das ist jedes Mal ein Kamm. Und ich finde es immer so witzig, wenn ich dann schreibe, also ich meine es gar nicht negativ, aber ich schreibe ja dann immer bei Instagram oder erzähle in meinen Videos über meine Haare und dass sie so schnell gelb werden und so schnell warm und dass es ja alles eine Katastrophe ist. Und, naja, ihr kennt die Geschichte. Und dann schreiben wir alle, ja, aber mega der Tipp, probiere doch mal Silbershampoo. Und ich denke, ach, das, nein, also, äh, ich meine, das ist in keinster Weise böse. Ich bin wirklich immer so für eure Tipps dankbar und ihr gebt mir auch wirklich immer so, so tolle Tipps. Aber das ist halt so eine Sache, das ist ja quasi das Erste, was jeder Friseur einem ins Gesicht schmeißt und sagt, Silbershampoo, Silbershampoo, Silbershampoo. Natürlich habe ich das auch getan. Das Problem ist nur, dass meine Haare das so ungefähr überhaupt nicht interessiert. Ich lasse es lange einwirken. Ich lasse es nicht lange einwirken. Ich bürste es durch. Ich bürste es nicht durch. Also ich mache ungefähr alles, um zu probieren, dass meine Haare das irgendwie annehmen. Fehlanzeige. Also das Erste, was ich da im Angebot habe, ist das von L'Oreal. Das kostet, glaube ich, ungefähr 20 Euro. Das ist das Gloss Protect System Silver Shampoo. Hat leider nicht funktioniert. Dann habe ich mal eine günstige Alternative probiert, das von Swiss Opa. Hat noch weniger funktioniert. Und dann habe ich ja in England, in London, habe ich ja dieses Provoke Touch of Silver gekauft, was ja sehr, sehr viele anhimmeln und total toll finden und sagen, das verändert ihre Haarsituation. Meine hat es leider nicht verändert. Ich werde einfach mich damit abfinden müssen. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Meine Haare mögen das einfach nicht. Meine Haare sagen, Yamina, wir wollen braun sein. Und wenn wir nicht braun sein dürfen, dann wollen wir orange sein. Das will ich aber nicht. Deswegen werde ich einfach weiterhin meine Sachen probieren und das einfach akzeptieren. Vielleicht wird der eine oder andere fragen, oh, Yamina, du hast heute was mit deinen Haaren gemacht. Viele sagen auch immer, dass es denen zu messy, wenn ich so Sachen habe. Für die Leute, die das schön finden, ich habe mal hier ein Video für euch mit verschiedenen Frisuren. Und da ist auch diese Frisur dabei. Ich habe hier einfach nur einen Dutt gemacht. Und wenn wir schon über Haare reden, habe ich hier nochmal meine Weekly Bits and Pieces. Wenn euch Crossfit interessiert, einigen ist das scheinbar zu viel. Ich weiß auch nicht genau, was da los ist. Auf jeden Fall, viele von euch finden das auch toll, dass ich euch mitgenommen habe. Also, wenn ihr das nochmal sehen wollt, habe ich das hier für euch. Dann wünsche ich euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen doch einen Daumen nach oben, dann sehe ich das. Ich sage das nie, aber vielleicht hilft es was. Und dann sehe ich, dass euch das einen total gefallen hat oder nicht. Also, bewertet das Video gerne mal. Ich bin gespannt, was passiert. Also, haben da einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Ciao! Was ist das? Warum mache ich das immer? Ciao!